das ist doch so kritisch alles kompletter arschen im probetraining mein gott ja 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 3 jahren kann das hier alles noch mal umgeändert und jetzt einfach zu buddha beten dass es jetzt was wird ach wir sind ach ich dachte schon gerade wir sind 18 ich wollte es sagen aber ok von der stärke her 18 mal konzentriert oben läuft schon mal gut schade hat auch schon mal ein zeichen gesetzt das freut mich Gott sei Dank! Gott sei Dank! Komm! Oh mein Gott! Ich will es mir nicht rein gehen! Oh mein Gott! Nein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das ist mir! Das ist mir! Oh mein Gott! Durch den Freistoß! In Klammern-Aigentor! Wahnsinn! Wahnsinn! Oh die Ecke war jetzt kacke! Wir führen! Ich komm nicht drauf klar! Ich hab grad Torchancen! Ich komm nicht drauf klar! Ich komm nicht drauf! Oh mein Gott! Nein! Das ist gerade für mich! Das ist ein Ratten-Traum oder? Ich hab' so gehört! Ich hab' so gehört! Das ist der Wahnsinn! So, so, so! Erholen, erholen, erholen! Und weiter geht's! Oh mein Gott! Wenn wir jetzt so mehr 1-0 weiter so führen bleiben! Das ist der Wahnsinn! ... Das ist der Wahnsinn! Das ist die Tiefelmeisterkopf, der Linistadion! Jetzt gibt's gefährdisch! Woher geht's? Die Elgwahl, der Ballgärde hat's in den Drogant, da drüber! Okay, wir konnten es! So, wer ist denn noch? Okay, 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 okay! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie hat es aufgeht. Das Spiel wird nicht gelindert. Ab die Planung. 3 Punkte. Ich bin nicht schwer. Mach ihn rein. Wenn du den Ball hast, mach ihn einfach rein. Wir hatten Strafraum. Das geht. Bei der Konkurrenz. Abgelegen. Und der Torpasse. Nostel von links. Schadet die Mitte. 3 Meter 1. Nein! Mich habe ich gerade so gefreut. Ich habe gedacht, dass kann ich sagen, ich bin 2-0. Und dann kommt die Scheiße da. Oh mein Gott! Nein! Nein, kein E-Tor! Zu nahe ein Tor! Gott sei Dank, keine Mille! Oh mein Gott! Oh, Bullies haben wir auch! Alter, ich habe mich gefreut. 2 und dann 8 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 Ich kann mal jetzt mal Rot mal zeigen, oder? Das ist doch normal. Wir dürfen hier auswachsen. Wir dürfen auch so auswachsen. Wir dürfen nicht auswachsen. Wir dürfen nur dran. Bei wenigstens, das sieht viel flach. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Eine Minute. Druck. 60 Sekunden. Ja. Oh mein Gott. Das kann ich sagen. Wir haben gewonnen. Der erste Sieg. Der erste Sieg in der Zusammenarbeit. Durch ein Eigentor. Der erste Sieg durch ein Eigentor. Wo sind die Fans? Wo sind die Fans? Jawohl, wir gehen auf 9. Oh mein Gott. Was für ein Spiel. Alter, Alter. Wir sind 16. Wir sind einen Satz nach vorne gekommen. Ich komme mich auch klar. Okay, Jungs. Kippt um jeden Ball. Ich bin jetzt nochmal. Wir spielen durch den Eigentor. Ich bin nicht absolut fertig gebroert. Oh mein Gott. Man schreckt schon die Chance. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt noch. In der ersten Minute kann ich noch keiner zuhauen. Alter. Das ist doch lächerlich. und jetzt wird es irgendwie abwachsen, jetzt wollen wir aufs Tor reindrücken, Alter. Ey, das kann nicht euer Erste, dass es immer wieder abseits ist, Alter, ey. Ey, was soll'n' das? Es war beim letzten Spiel genau das gleiche, genau das gleiche. Komm, der Spiel kann mich verlippt, Alter, ey. Lächerlich. Das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Unser Fall ist immer wieder abseits, abseits, höh, 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 höh. Und dann kommt es wieder rein. Das Upside-D, das Upside-D. Und dann halten die Torhüter als von die Alimane und Neujahr. Und dann halten die Torhüter als von die Alimane und Neujahr. Und dann sind die Torhüter als von der Alimane und Neujahr. Und dann warten die Torhüter als von der Alimane und Neujahr. Und dann sind die Torhüter als von der Alimane und Neujahr. Da sind die auch immer so kurz, Alter, das kann ich doch nicht, Alter, ernst sein, Jungs. Aber ich war nicht, ich bin auch gleich müde. Vom Zuschauen, Alter, Alter, das ist einfach wieder so absolut ja lächerlich ist. Was, was ist, was, was, was? Alles wie ein Arsch, sieht auch wie aus die Kacke dabei. Auf, runter. jaja ja 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 und die rechtsverteilt ja ich sagte es gibt für uns langsam wieder bergauf Aber nein, das wird nicht richtig einräumt. Da haben wir auch mal eine Ecke. Die ist aber richtig koaliert. Und das Diche in 2m sieben. Mit voller Angriff Jungs. ich habe ja eine Chance. Gott sei Dank. Ach, endlich mal eine Torschauke. Die Leute sind eigentlich so viel krass gegen uns, Alter. Wenn wir die Klotops haben, die halten. Die halten immer. Oder Upside. Es kann nicht sein, dass das Video jetzt mal Upside steht. Ah, ich weiß nicht, wie ihr seid. Aber wir kommen uns vor, als würden die E6 mal auswählsen, Alter, das ist der Wahnsinn. Ah, Gott, ich kann mich nicht in den Ball halten. Dann kann man auch noch mal die Kampenzeiten zeigen. Tschüss, ich bin auf dem Schoß, Hansi. Ja! 2.0 lang, das ist immer was Schönes. 2.0 lang, das ist immer was. 2.0 lang, das ist auch noch mal an 3.0 lang. 3.0 lang, das ist immer ökbar. 3.0 lang, das ist immer, da ist immer